Hallo und herzlich willkommen bei MakeFinance. In diesem Video stelle ich dir heute eine Dividendenaktie vor, welche unter anderem mit dem Osterhase sein Geld verdient. Das Unternehmen kommt aus den USA und ist in der Branche des unzyklischen Konsums. Die Aktie bezahlt auch eine solide Dividende. Und nun viel Spaß dir beim Video. Die Historie des Unternehmens beginnt im Jahr 2012. In diesem Jahr erfolgte die Abspaltung von Kraft Foods und das Unternehmen wurde gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deerfield, Illinois in den USA. Der Konzern ist in mehr als 150 Ländern weltweit tätig. Das Unternehmen leitet Dirk van der Poot als CEO seit November 2017. Bei dem Unternehmen arbeiten weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter. Zum Produktportfolio gehören Schokolade, Kaugummi, Süßigkeiten, Kaffee, Käse und Snacks. Der Konzern hat bekannte Marken, unter anderem im Bereich Schokolade, Milka, Dime und Hoplarone. Im Bereich Kekse hat es Loo, Biscuits, Tuck und Oreo. Und im Bereich Käse ist Philadelphia auch sehr bekannt. Das Geschäft lässt sich in fünf Sparten aufteilen. Den größten Anteil am Umsatz erzielt der Bereich Kekse und Snacks mit 49,6%. Gefolgt von Schokolade mit 30,1%. Kaugummi und Süßigkeiten erzielen 10,8% vom Umsatz. Käse und Lebensmittel 6% und Getränke 3,5%. Wo werden die Umsätze erzielt? Den größten Anteil erzielt man in Europa mit 36,3%. Gefolgt vom Heimatmarkt in den USA mit 26,4%. Die Region Asien, Nahe Osten und Afrika bringt 21,5% am Umsatz. Lateinamerika 11,5% und Nordamerika 4,3%. Schauen wir uns die aktuelle Gewinn- und Umsatzentwicklung beim Unternehmen an. Die Gewinne sind langfristig betrachtet steigend. Der Free Cashflow ist zuletzt ebenfalls steigend. Das seht ihr in Ocker im Chart auf der linken Seite. Die blauen Dividendenbalken sind zuletzt auch steigend. Und die Dividende wird seit neun Jahren bezahlt. Und seitdem wurde sie auch immer gesteigert. Beim Blick auf die Umsätze ist es so, dass diese seit 2017 wieder ansteigen. Und die Nettomarge, das ist die grüne Linie, ist zuletzt deutlich gefallen. Und beträgt nur noch 8,6%. Ist die Aktie nun fair bewertet. Beim Blick aufs Jahreschart, wie ihr das lesen sollt, das habe ich euch oben auch mal in einem ausführlichen Video gezeigt. Da seht ihr dann, was ihr hier alles für Informationen rausziehen könnt. Anleger erzielt mit dieser Aktie auf Jahressicht einen Gewinn von 12,7%. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 89,3 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 23,5 über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 21. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit 3,0 ebenfalls über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 2,5. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beläuft sich auf 7,5%. Das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre beträgt minus 1,2%. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,12%. Wurde seit 9 Jahren nicht gesenkt. Und das bei einem Payout auf dem Free Cashflow von 69,3%. Gezahlt wird die Dividende 4 Mal im Jahr. Das Unternehmen kommt wie gesagt aus den USA und ist im Bereich des unzyklischen Konsums und hier im Subsegment Lebensmittel tätig. Der Trader Fox Qualitätsscore kommt auf 11 Punkte. Der Dividendenscore kann mit 14 Punkten überzeugen und der Wachstumsscore erreicht 8 Punkte. Das vorgestellte Unternehmen ist Mondelez, was viele sicherlich schon erraten haben. Wie sieht die faire Bewertung zu Mondelez im Aktienfinder aus? Hier in schwarz wie gewohnt der Kurs, in orange der faire Wert bereinigt, in grün der faire Wert des Umsatzes und in blau der faire Wert der Dividende. Die Stabilitätskennzahlen sind auf den Gewinn bei 0,95 auf die Dividende gerade einmal 0,39 und auf den Umsatz sogar negativ mit minus 0,52. Die Bewertung nach dem Fair Value des Umsatzes liegt bei 48 US-Dollar, nach dem Fair Value der Dividende bei 59,87 US-Dollar und der Fair Value bereinigt bei 65,28 US-Dollar. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignet sich nur der faire Wert des bereinigten Gewinns zur Bewertung der Aktie. Die Aktie von Mondelez scheint derzeit überbewertet zu sein. Beim Blick auf den Dividendenturbo fällt auf, dass die aktuelle Dividendenrendite mit 2,12% über dem 10-Jahres-Durchschnittswert liegt und dieser beträgt 1,89%. Die Dividendenrendite ist im Vergleich der letzten Monate etwas rückläufig, die Dividende ist die letzten Jahre aber immer erhöht worden. Besonders in Phasen deutlich über den Mittelwert ist ein Kauf der Aktie lohnenswert. Und nun kommen wir zu meinem Fazit zur Mondelez-Aktie. Die Mondelez-Aktie ist eine sehr konservativen, defensiven Branche zu Hause. Gerade Kekse und Schokolade wird unabhängig von Wirtschaftszyklen gefuttert. Das Unternehmen hat in seinem Segment sich einen guten Urgraben erschaffen. Die Milka-Schokolade ist der Marktführer in vielen Ländern. Der größte Absatzmarkt ist Europa. Das Risiko der immer gesünderen Ernährung und weniger Zucker könnte ein Problem für Mondelez in der Zukunft darstellen. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 2,12% und liegt damit über dem bisherigen 10-Jahres-Durchschnitt. Ich könnte mir einen Einstieg in Mondelez sehr gut vorstellen. Allerdings würde ich erst ab Preisen von 58 US-Dollar über einen Kauf nachdenken, da die Aktie aus meiner Sicht derzeit noch zu teuer ist. Nun die Frage an dich. Wandest du die Aktie bereits oder hast sie vielleicht sogar im Depot? Schreib mir es gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Channel abonnierst, das Video gerne bewertest und es mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao. Risikohinweis. Das Video stellt lediglich die Meinung des Autors dar und ist somit keine Empfehlung, keine Anlagenberatung und auch keine Steuerberatung. Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der gezeigten Daten im Video übernommen.